So, die nächste Folge. Wird Wulfi den Teleporter überleben? Wahrscheinlich ist das jetzt gleich nur noch in die 2 Minuten Folge, weil du es nicht überlebst. Sieht so aus. Also, bist du jetzt eigentlich tot? Ne, ich hab noch ein Schild. Ich komm nicht so ein fucking Teleporter. Ich lass auf. Stay alive. Wunderwing Vigage. Gentle Protector. Guck mal, der ist unter dir, glaub ich, der Boss, oder? Ne, das ist er. Die Qualle, die mich vorhin gekillt hat. Achtung, die ist sehr anhänglich. Ich merk's. Die ist slowdown. Ne, das sind, glaub ich, diese Schnecken-ähnlichen Viecher, die slowdown. Wofan? Ja, ob das so eine intelligentere Idee war, da unten dreht sich nicht. Aber die hält auch nicht viel aus, finde ich. Also, sie geht's echt schnell down. Aber das Problem ist, die ist wirklich sehr anhänglich, man wird sie nicht los. Also, ich bin echt erstaunt, wie viel HP du anscheinend hast. Oh, ich find' ich die ganze Zeit los. Du solltest vielleicht von der Plattform laufen. Oh, ich auch gerade. Stütter, so in der Plattform drin, wo irgendwie 10 Krabbenmenschen oder so mit ihnen draufstehen und auf ihnen einprügeln. Alter, Schwierigkeitenstufen impossible. Und es geht noch zwei Stufen höher. Zwei Schwierigkeitenstufen. Ich will gar nicht wissen, ob das noch kommt. Wie lang noch? Gleich fertig, gleich fertig. Gleich erst, erst fertig. Jetzt fertig. Sand Crab. Was? Nein, oder? Du musst die alle töten. Wie viele gibt es? Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade bloß die hier unten. Du müsstest doch irgendwo oben links oder so eine Anzahl stehen. 40. Ja gut, sind ja nicht so viele. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich geh jetzt hier trinken. Da ist eine Kiste für 81. Wo ist die Kiste? Links von dir. Ah. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Was auch immer das ist. Will all the Wisp Chains to detonate an enemy on kill. Also Feinde können explodieren, wenn du sie tötest. Alter. Ja, gleich kommt die nächste Schwierigkeitsstufe, ne? Wie soll ich da hochkommen wieder, Alter? Klayman. Wie du manchmal einfach so spontan 10 heilst. Okay. Okay, nächste Schwierigkeitsstufe steht gleich bevor. Level up. Ich bin nochmal gespannt. Was kommt nach Impossible? Es ist ja schon unmöglich. Äh, I see you. Difficulty, I see you. Oha. Ich werde aufpassen, sie sehen dich. Da ist noch eine auf jeden Fall. Da ist noch ein Mülleimer links. Genau den. Zwei Schwierigkeiten. Ne, eine gibt es glaube ich da noch. Ja, eine höhere gibt es noch. Noteanzeige. Für die, die es noch nicht verstanden haben. Rechts sieht man da so einen Balken. Ich kann es ja auch mit der Maus eigentlich zeigen. Hier diesen Balken. Es sind noch zwei, glaube ich. Ne, ne, wir sind jetzt bei I see you. Der füllt sich jetzt gerade. Und danach kommt der letzte. Soll ich da wieder hochkommen, Alter? Ich habe keine Ahnung, aber das ist noch ein Mülleimer. Bei Mülleimer sind das nicht so wichtig. Also hier war very easy, dann easy, normal, hard, insane, impossible oder so. Naja, nicht ganz irgendwas habe ich jetzt schon übersehen. Da ist noch eine Kiste rechts von dir. Ja, wie soll ich da hinkommen, ohne runterzufallen? Rolle? Ich gehe jetzt einfach hoch. Ich gehe jetzt einfach hoch. Ich streike jetzt. Hä? Ab. Ich glaube, runterfallen wäre eine blöde Idee. Glaub ich auch. Ich glaube, das ist momentan echt geil. Da ist noch eine Kiste. Ja, die ist geschenkt. Die kannst du holen. Das habe ich auch schon. Das ist echt geil. Das ist dieses Ding, was ich jetzt umrum habe. Jetzt heilst du dich, während du keinen Schaden kriegst. Also gar ein Passiv im Endeffekt. Das ist natürlich ein bisschen lästig, wenn man jetzt wirklich jedes Monster versuchen muss. Monster Lock. Black Imp. Bam, 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 bam. Die Sound sind natürlich wunderschön, diese Schussgeräusche. Aber mir gefällt das Spiel an sich eigentlich. Mir aber auch. Hat ein geiles Schema. Schema da. Du hast doch sowas angehen. Nicht mehr. Nein, noch. Oben waren auf jeden Fall noch welche. Was ist das rote Ausdruck? Verzeihung, was du da gesagt hattest. Vor deinem Namen. Weiß ich nicht. Manchmal hattest du auch schon so ein gelbes. Ich habe eigentlich gedacht, du bist dann knapp bei HP. Aber das kann ja jetzt gerade nicht der Fall gewesen sein, weil du nicht angegriffen wurdest. Ich habe volle HP. Wenn du da immer drin stehst und immer so ein, zwei Jumps machst, ist so ganz komisch. Bitte in den Popo, bitte in den Popo. Nicht ins Gesicht, ins Popo. Ich weiß, sieht bei mir gleich aus. Aber bitte. Vier, die sind da hinten irgendwo. Ups. Alter, wenn es so weiter geht, kommen wir gleich auf die letzten Schwierigkeitenstufe ins nächste Level rein. Da sind sie, da sind sie. Ich weiß ja noch nicht hundertprozentig, ob ich wiederkomme. Ich hoffe es einfach. Unlocked, beat the third stage. Stand das bei dir auch? Ja. Also ich hoffe, das gilt dann jetzt auch für mich. Weil ich habe die third stage nicht gebieten. Ich habe die dritte Stage ja nicht geschafft. Ich bin da verhebt. Oh, jetzt geht da nochmal schwimmen, ey. Ich muss mich noch waschen. Ich bin so ein schmutziger, kleiner Junge. Alter. Mein Geld fliegt zu meiner Leiche jetzt gerade. So, was jetzt? Und, lebe ich? Hallo, Julia. Ähm, was? Wo sind wir? I'm coming for you. Die letzte Schwierigkeitenstufe. Ähm. Ich bin hier unten irgendwo. Ich gehe gerade runter. Ja, ich wäre dafür, dass wir... Hast du ein Monster bei dir? Oh. Oh Gott, nicht runter. Bloß nicht runter. Bloß nicht runter. Oh, bist du auch nicht besser? Was zur Hölle? Ähm. Was hast du unten? So viele Feinde? Fast für ein Kerl hier irgendwie. Ich auch. So Wasserbüffel. So einfach. Oh Gott. Ähm, hi. Ah. Oh, meine hat nicht so viel Leben. So geht das hier Arbeit. Ich baller dich da hinten mal einfach frei. Ich glaube, wir sollten so schnell wie möglich den Scheiß suchen, oder? Jetzt mal so ein Wasserbüffel. Also so schnell wie möglich den Schrein. Feuer, Imps! Weil ich halte nicht so viel aus wie du. Du hast ja allein noch ein Schild und so. Ja, du hörst deutlich mehr aus als ich, Alter. Ich bin ja schon wieder fast vom Verritten. So. Ach, wo ist dieser Kack-Schrein? Was zur Hölle? Darf ich die Kiste? Ähm. Oh Gott, da oben ist es. Ja, was ist das denn? Aha. Oh, oh. Irgendwie ist ja nicht schwer. Jetzt darf man da gleich runter springen. Mother of many. Ähm, wir haben da irgendwas, was mit uns rumjumpt. Super, sehr gern. Ich hab den Geldbeutel schon, den kannst du haben. Was gibt's denn? Gar den Harge. Ach, jetzt hab ich auch ein Schild. Ähm, schon wieder ein Boss irgendwo. Wir sollten echt so schnell wie möglich die Scheiße suchen, Alter. Wie länger wir jetzt gleich... Ist der dann? Weiß ich nicht, schieß ihn an, dann siehst du es doch. Ist da oben was, oder wie? Ja. Äh, ja, da kommt er es rein. Ja, so ist es. Ich hab ihn einfach mal als CD geballert und ich hoffe, du freust dich über ihn. Hey, was zur Hölle ist denn? Alter. Ich hab da so kleine Androiden, die mir grad tierisch auf den Sack gehen. Ja, ich auch. Alter, diese roten Kugeln, die da auf mich zufliegen, die tun echt weh. Alter, wenn es so weiter geht, schäbe ich gleich wieder. Wie auch immer diese roten Kugeln schieß. Ähm... Ähm... Schwein, 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 Schwein. Oh, was ich mache. Riftest du dich gar nicht? Ich glaub jetzt aber. Boah, hier kommen jetzt so viele Roboter, Alter. Ich hab jetzt auch eine Brechstange gefunden. Hab ich schon. Ich hab ein Use-Item gefunden. Boah, mehr Erfolge bitte, ich seh nichts mehr. Ähm, ich hab grad Minen gelegt hier oben. Die grad auch ihren Einsatz machen. Hier oben ist ein Stator. Wenn du, äh, bisschen Geld hast, kannst du es da ausgeben. Hier. Obwohl, ne, geht gar nicht mehr. Oh Gott, ich wollte hier gar nicht runter. Ähm... Ich bin immer noch dafür, dass wir... Was zur Hölle? Bist du bei Low-Up, Alter? Jo. Alter, wenn selbst du schon auf Low-Up bist, sollten wir das echt... schnell beenden. Ja. Ja, du weißt wie? Ja, ich suche. Ich arbeite mich grad wieder boxen. Ähm, ganz unten ist blöd, ganz unten ist ganz blöd. Ich weiß. Alter, was geht denn da schon wieder ab? Was ist denn drüben? Ganz unten. Ach Gott, spawnt doch bei mir, ihr kleines Viecher. Ich hab den gefunden. Also, Ray. Okay. Okay, wo ist er? Wo bist du? Ich bin runtergefallen in die Lava. Und, äh, unten ist er. In der Lava? Und, äh, du musst, ähm... Omi, wer gerade waren, musst du ein bisschen runtergehen? Runter, 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 runter. Musst runter. Okay. Ja, hier oben ist grad... Auf, da unten, runter. Jetzt sind wir. Oh, 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 oh. Wow. Alter, ich überleb das nicht lang. Ich hab mal aktiviert. Was? Du hast ihn aktiv gebraucht. Ähm, aua. Mein Mier ist Boss. Okay, bei dir auch. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Bist du tot? Ja, ich bin auch tot. Dann gucken wir uns noch die Endschafts-Test an. You have unlocked. Kann ich das jetzt wieder mal aus nachdrucken? Das Item will now drop. Ach, guck mal, ich sehe Items drop. Ah, ich hab neuen Charakter. Zwei hab ich. Ich hab zwei neue Charakter frei bekommen. Und drei neue Items. Und du? Ich auch. Vier neue Items. So ein Busch, so eine Axt und so ein Würfel. Ich hab, ähm, so eine Faust oder so ein Stein oder so ein Bruch, wie was auch immer das sein soll. Dann auch diesen Busch, eine Axt und Würfel. Und dann noch so ein Cowboy und so ein, was weiß ich, so ein Polizisten. Ja, ich auch. Klairs Kommando haben wir gemacht. Killed by Big Horn Bison. Wir kennen Killed Spider. Boah, die Saus, die da gerade abgehen, wenn die Viecher verbrennen, ne? So, hier seht ihr... Wie viel Boss hast du getötet? Schild das Zahl? Bosse 7. Neun. Wie viele Items? Items 16. Wie viel Geld? Wie viele hast du denn? Items 19. Äh, Gold habe ich 9301. 8377. 8000? Also ich hatte mehr Geld. Okay. Wie viel Kills? Äh, 468. 385 habe ich nur und Level? Ja, ich stehe auch mittendrin immer. Level? 14. 13, okay. Wie viele Sachen hast du gekauft? Ich 23. Äh, 23. Ich 25. Okay. Boah, das ist geklackert, geht mir gerade auf den Sack. Okay, und hier sehen wir jetzt die neuen Charaktere, mit denen wir dann das nächste Mal spielen werden. Allerdings denke ich mal, dass es dann mit Java-Mann geschehen wird oder so. Müssen wir mal schauen. Wenn Java keine Zeit hat oder so, mal gucken. Ne? Also du hast ja auch jetzt die beiden. Siehst du eigentlich, Weri? Ja, du siehst den Haken. Ja, ich stehe den Cowboy. Also zweiter ist dieser Polizist. Genau, und dann der Cowboy. Da müssen wir uns nämlich absprechen. Wer dann wer denn spielt, dann würde ich mal sagen, machen wir dann mal so ein bisschen Ich will den Cowboy. Ich will den Cowboy. Na gut, dann würde ich den Polizist nehmen und Java muss den Kommando spielen. Wer muss? Okay, ähm. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.